Sie treiben Sport, sie ernähren sich richtig, sie tun alles Erdenkliche, um bestmöglich auszusehen und sich optimal zu fühlen. Die traurige Wahrheit ist jedoch, dass das manchmal einfach nicht genug ist. Die meisten von uns bilden hartnäckige Körperregionen mit überschüssigem Fett, bekanntlich um Taille, Oberschenkel und sogar Rückenfett, Pölsterchen, die immun sind gegen Diät und Sport. Ihre Jeans passen nicht, ihr kleines Schwarzes ist zu eng und das Selbstvertrauen, das sie einmal hatten, ist nirgends mehr zu finden. Jetzt gibt es jedoch etwas, was sie tun können, um die Pölsterchen loszuwerden, die verhindern, dass sie sich optimal fühlen. CoolSculpting ist ein neues, revolutionäres, figurformendes Verfahren, das die Kraft der Kühlung nutzt, um hartnäckiges Fett auf sichere, nicht operative Weise zu entfernen. Entwickelt von Harvard-Wissenschaftlern, wurde dieses figurformende Verfahren mit erwiesenen Ergebnissen aus klinischen Studien von der Medizin für die Fettreduktion freigegeben. Wie funktioniert CoolSculpting also? Alles beginnt mit einem Beratungsgespräch, bei dem Sie und Ihr Arzt Ihre Problemregionen analysieren und einen Behandlungsplan erstellen, der auf Ihren Zielen und realistischen Erwartungen basiert. Am Tag Ihrer CoolSculpting-Behandlung sollten Sie in locker sitzender, bequemer Kleidung erscheinen. Die Fachkraft legt ein Gel-Pad auf, um Ihre Haut zu schützen. Dann übt der Applikator Vakuumdruck und Kühlung auf den Zielbereich aus. Während der Applikator die Pölsterchen in die Kühlplatten saugt, werden Sie ein kräftiges Ziehen und Zwicken sowie eine intensive Kälte spüren. Sie könnten zunächst ein leichtes Kribbeln wahrnehmen, das jedoch normalerweise nachlässt, sobald der Bereich taub wird. Die Fettzellen werden angegriffen und gekühlt, was Sie auf natürliche Weise absterben lässt. Da Fett sensibler auf Kälte reagiert, werden weder das umliegende Gewebe noch die Muskeln beeinträchtigt. Im Laufe der folgenden Wochen beginnt Ihr Körper die abgestorbenen Fettzellen auf natürliche Weise zu eliminieren. Während die Fettzellen abgebaut werden, verdichten sich die übrigen Zellen, was zu einer allgemeinen Reduktion der Fettschicht führt. Abhängig von Ihrem personalisierten Plan und Ihren Zielen dauert die Behandlung ein bis drei Stunden. Sobald Sie fertig sind, können Sie Ihre normale Alltagstätigkeit wieder aufnehmen. Es könnten möglicherweise einige Nebeneffekte auftreten, wie Blutergüsse und Rötungen, Taubheit, Schmerz oder Kribbeln, die jedoch nur temporär sind. In den folgenden Wochen und Monaten werden Sie eine unbestreitbare Fettreduktion feststellen. Solange Sie Ihren gesunden Lebensstil bewahren, werden die behandelten Fettzellen nicht zurückkehren. Während Ihres Nachsorgetermins wird Ihr Arzt nachher Fotos anfertigen, damit Sie sehen, wie effektiv Ihre Kursreitlingbehandlung wirklich war. Sie und Ihr Arzt werden die Ergebnisse analysieren, um festzulegen, ob Sie eine weitere Behandlung an der gleichen Stelle vornehmen lassen oder andere Problemzonen behandeln wollen. Das Beste daran, Ihre Kleidung wie auch Ihr Selbstbewusstsein werden genau dort sein, wo Sie sie haben wollen. Ihr kleines Schwarzes wird genau richtig sitzen. Sie werden sich nicht hinter einem Handtuch verstecken müssen, wenn Sie einen Bikini tragen. Ihre Kleidung wird wie maßgeschnitten an Ihrem Körper sitzen und über den Bund Ihrer Jeans werden sich keine ungewünschten Fettpölsterchen wölben. Es liegt in Ihrer Macht, den Körper zu bekommen, von dem Sie schon immer geträumt haben. Sie verdienen es, sich optimal zu fühlen und optimal auszusehen, ohne eine Operation oder Auszeit. Sie brauchen nur eine Stunde.